Markus ist hier, er wird den Kahn halten. Er ist ein braver Mann. Ob es ihr vielleicht auch wehtut, ob sie es noch gerne macht und vieles, vieles mehr. Er hat sich, kann man das Kahn halten? Und er hat sich, okay, ich will versuchen. Und dann habe ich es. Und zu meinem Überraschung, ich habe es. Und dann, nachdem ich es, es ging auf YouTube und dann ging es um, dann in Japan. Und die Karate-Günen waren, oh, Sie können Kahn halten, Sie können Drei-Bricken. So, ich habe Drei-Bricken und ich habe Drei-Bricken. Dann habe ich Watermelons gemacht. So, das ist wie ich angefangen habe. Also ganz kurz, angefangen hat alles in einer Bar, weitergegangen, rund um die ganze Welt ist es dann dank YouTube. Und zum Schluss wurden dann auch schon Melonen zerstört. So, you did see a lot of the world because you show and everyone would like to see something. It's your first time in Vorarlberg, in Austria. And how do you like it? I love Austria, but I'm intimidated by the Alps. If I see the Alpen-Mountains, they look small in comparison. Okay, also die Berge, die scheinen dann schon mal ziemlich groß gegenüber von ihr, aber ansonsten mag sie natürlich vor allem Bergösterreich ganz, ganz gerne. Und wie ich schon erfahren durfte, hat sie sogar schon ein, zwei kleine Wörter auf Deutsch gelernt und das wäre und dann wäre es dann auch schon mal auf Deutsch. Und es ist der Ort, wo ihr show startet morgen. Es ist der Festspielhaus. Festspielhaus in Brügens. Ja. Es ist ein schönes Ort, es ist absoluter und es ist großartig. Es ist eine hellige Party. Es wird ein sehr guter Moment sein, so bleiben Sie da. So, a lot of people will be there tomorrow to watch your show. Ja. Und was können sie von der Show erwarten? Ja. Ja. Also, es gibt zweiılder ein paar Dinge. Und ich hoffe, dass sie liebe es. Und sie werden gewöhnt. Ja. Und ich hoffe, dass sie gut anfangen und fern sie mit einem dritten, ob so ein wütend ist. Das ist möglich, aber sehr gut. Ja. Busty Bruce and then you can't get bruised so that um no it doesn't hurt and I'm glad for that but uh you need a lot of training well actually yes I think from the karate men they've taught me well from uh and and it's kind of like karate without hands in a way strange way and um when you're at the stage um what is the feedback from the audience when I think the biggest feedback is when I break a baseball bat in half because that's something you just don't see every day and they the bricks are one thing the watermelons fine but that bat really hits a home run yeah of course also wir haben gerade erfahren dass es morgen ganz ganz viele dinge zu sehen gibt ganz ganz viele erstaunliche dinge zu sehen wie melonen zerstört werden aber auch genauso irgendwie baseballs oder so und ich würde einfach nur sagen kommt hin schaut euch das an es wird ein mega event und wir freuen uns sehr 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 darauf one last statement okay for the show tomorrow happy birthday pink party and I can't wait to entertain everybody in Austria you 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 you